Das ist das Forex Morning Statement, der Forex Marktausblick für den Tag. Der Wirtschaftskalender heute zum Dienstag doch etwas praller gefüllt, beziehungsweise doch einige spannende Momente wahrscheinlich zu erwarten. Gut, in der Nacht gab es erst einmal nichts, beziehungsweise heute früh und heute Vormittag auch sehr, sehr ruhig der Markt. Aber was natürlich die ersten Bewegungen ins Spiel bringen könnte, ist der Erzeugerpreisindex aus Deutschland um 8 Uhr. Würde es wahrscheinlich nicht diese gigantischen Bewegungen auslösen, aber doch recht interessant. Gut, wie sieht die Sache weiter aus? Um 12 Uhr heute Mittag spricht der Governor der Bank of England, der Herr Mark Carney. Und ich bin gespannt, ob es hier irgendwelche neuen Aussagen zu einem geplanten Rate-Hike, beziehungsweise zu den letzten Inflationszahlen, den letzten Abstimmungsverhältnissen im geldpolitischen Ausschuss gab. Da werden wir sehen, ob wir da irgendwelche neuen Informationen bekommen. Ist jetzt aber kein Grund, hier irgendwie das britische Fund absolut zu ignorieren. Schließlich haben wir unsere wichtigen Widerstände und Unterstützung. Und solange die eben nicht sehr gebrochen sind oder berührt worden sind, so lange besteht auch gar kein Handlungsbedarf. Am frühen Nachmittag ab 14.30 Uhr beginnt es hier in den USA mit den Baugenehmigungen, den Wohnbaubeginn. Natürlich sehr, sehr wichtig im Immobiliensektor in den USA insbesondere oder gerade in den USA sehr, sehr wichtig dieser Sektor. Und dementsprechend wird hier sicherlich einige Volatilität entstehen. Ebenfalls 14.30 Uhr die Großhandelsumsätze aus Kanada. Ob das jetzt den großen Einfluss auf den Markt hat, werden wir sehen. Momentan Kanadestolle natürlich sehr stark gesteuert vom WTI-Rohöl. Um 14.00 Uhr dann Erfolgsmitglied Dudley. Paul spricht auch um 15.15 Uhr. Und dann wird wahrscheinlich der ganze Tag hier oder der ganze Markt auf 17.00 Uhr warten, wenn die Frau Jellen, die FED-Vorsitzende, in ihrer Ansprache hält. Jetzt sehr, sehr interessant. Möchentlicher API-Rohölbericht um 22.35 Uhr natürlich auch nochmal ein Gradmesser für das WTI beziehungsweise so ein möglicher Einflussfaktor für das WTI. Springen wir gleich mal in den Chart-Euro. Dann lasse ich heute wieder einmal raus. Hat sich nämlich nicht viel getan. Wirklich sehr, sehr uninteressant. Wieder einmal momentan. Wir schauen uns stattdessen den Euro gegen den Neuseeland-Dollar an. Momentan ja auf dem absteigenden Ast beziehungsweise in den letzten beiden Wochen. Hier sehr, sehr schön short performt. Hat auch unser erstes Kursziel erreicht. Schauen wir uns gleich mal an. Bis wohin soll die ganze Sache laufen. Daran hat sich jetzt nichts geändert. Großartig bis zum 61.8. Retracement. Beziehungsweise bis zu dieser aufwärtsgerichteten Trendlinie, die wir hier sehen. Das war so diese potenzielle Bodenbildung, die sich hier gebildet hatte. Wir hatten einen schnellen Retest gesehen. Dann schoss der Kurs ja dennoch wieder über diese Trendlinie hinaus. Und dementsprechend möchte ich jetzt einen Test auf diese Trendlinie sehen, bevor der Kurs dann letztendlich wieder langfristig long laufen kann. Denn das Ganze sieht wirklich hier so aus, als hätte sich so eine Art Bodenbildung etablieren können. Im Daily Chart sehen wir das Ganze ein bisschen klar. Wir hatten ja hier oben diese schöne Sidecharts Range, an der wir auch oben rein konnten. Beziehungsweise uns hier mit einem relativ knappen Stop-Loss hier in die Geschichte reinschoten konnten. Und das Ziel war ja als erstes natürlich die Unterseite der Range zu erreichen bei ca. 1,73. Beziehungsweise natürlich auch dann im Endeffekt den Daily 50er, 55er IME-Schutz zu durchstoßen. Und das weitere Ziel ist selbstverständlich die Projektionshöhe dieser Sidecharts Range. All das hat er jetzt geschafft. Aber ich sage ja immer, wenn wir auf dem Daily Chart auf so einen Ausbruch warten, müssen wir natürlich auf dem Daily Chart auf den eigentlichen Retest warten. Aber man kann natürlich auf dem H4-Chart beispielsweise diese Sache oder diesen Ausbruch heruntertraden. Man muss halt sich bloß vor Augen führen, okay, es könnte noch zu einer Bodenbildung kommen, beziehungsweise zu einer temporären Umkehr, welche letztendlich zum eigentlichen Tageswochen- oder Monats-Retest führen sollte. Und ja, aber man kann eben diesen Ausbruch, wie gesagt, traden. Die Projektionshöhe war ein sehr, sehr schönes Ziel. Und dementsprechend sind hier zwei Positionen in den Markt gegangen. Zum einen natürlich dieser Retest auf H4-Basis. Sehr, sehr exakt auch diese Trendlinie getroffen, die ich hier auf Linien-Chart-Basis eingezeichnet habe. Also wirklich Pip genau ist er hier herangelaufen. Und konnte, oder diese erste Position konnte jetzt sehr, sehr schöne 800 Pip generieren. Beziehungsweise die zweite Position, die letztendlich hier das Ausbruchstief getestet hatte, um in diesen Spice & Spikes auch sehr überschaubar zu stoppen, konnte hier ebenfalls um die, nicht ebenfalls um die 800, sondern um die 600 Pip, circa 630 Pip konnte hier erwirtschaften. So, und jetzt habe ich nochmal eine neue Position im Markt. Und zwar hier am H4-20er EMA war das ungefähr. Ich habe das Ganze noch ein bisschen, weil es der Trend noch ein bisschen beschleunigt hat, habe ich mal auf dem H4 nachgeschaut. Das ist wirklich sehr, sehr schnell gelaufen, dieser Trend. Nicht auf dem H4, sondern auf dem H1. Ist auch auf dem H4 erkennbar, aber ich habe hier auf dem H1 die Position abgesetzt, was einfach noch deutlicher zu sehen war. Und hier hatten wir auch wieder aus dieser letzten Side-Race-Range einen Ausbruchstief und diesen Retest habe ich auch wieder mitgenommen. Momentan, ja, mit 100 Pip noch im Gewinn, aber schon Break-Even gezogen, die Position auf jeden Fall. Und jetzt erwarte ich mir, dass wir vielleicht wenigstens mal auf H4-Basis einen Test dieses H4-50er, H5-50er EMAs sehen, in Kombination mit der Oberseite dieses abwärtsgerichteten Trendkanals und das Ganze dann noch einmal ein kleines Stück runterschurten können. Das kommt dann natürlich ganz besonders auf den Kiwi an, auf den Neuseeland-US-Dollar, was er denn hier macht. Ob er beispielsweise jetzt bis zum gewünschten Retest-Niveau auf diese Trendlinie herunterfällt, beziehungsweise zum Daily 50er, 55er EMAs und dadurch den Euro-NCD natürlich oder wahrscheinlich noch höher katapultieren würde, aus diesem Trendknall heraus. Oder ob wir eben lediglich einen kleinen Rücksetzer sehen, beispielsweise zum Daily 144er, 10er EMA, sowas in der Richtung, beziehungsweise auch zum H4-50er, 55er EMA zurück. Das muss man jetzt ein bisschen davon abhängig machen. Also ich würde mich jetzt hier nicht verrückt machen lassen wollen. Wir haben hier eine kleine Side-Werts-Range, das kann man im H4-Chart sehr, sehr gut sehen, begrenzt an der Oberseite durch die ca. 0,6820 und auf der Unterseite durch die ca. 0,6780. Und bevor er nicht entweder durch den Widerstand durchgestoßen ist oder durch den Support durchgestoßen ist, besteht absolut noch gar kein Handlungsbedarf. Und deswegen gehe ich eigentlich relativ entspannt an die Sache ran. Und ja, jetzt haben wir genug Zeit, uns darauf vorzubereiten. Und was schauen wir uns noch an? Wir schauen uns noch den US-Dollar gegen den Kanadestollar an. Und ja, er hat genau dort gedreht, wo ich es vermutet habe, beziehungsweise was wir jetzt die letzten Wochen besprochen haben, nämlich am Daily 144 EMA, nachdem er ja durch diesen oder wieder in den mittelgroßen Trendknall hereingeraten ist, die Daily 55er EMA auch durchbrochen hat. Und wie gesagt, konnte sich jetzt hier unten sehr, sehr schön stabilisieren bei ca. 1,2850. Hier ging dann eine neue Long-Position in den Markt. Da wäre so eine schöne... Ja, wir hatten hier erst genau auf diesen horizontalen Support-Bereich gestoßen, den wir im Vorfeld definiert hatten. Und in Kombination eben mit dem Daily 144 EMA, was wir auch vorher gesagt haben, deswegen hier eine schöne Position in den Markt gegangen. Ist jetzt aber nicht unbedingt so die große Gewinnorder, die ich mir hier erwarte, sondern eher eine Vorfinanzierung der neuen Shorts. Eher dafür ist sie gedacht. Wir haben zum einen natürlich hier diese Unterseite dieser aufsteigenden Trendlinie oder Trendkanal, wie auch immer man das bezeichnen möchte, in Kombination mit dem Mid-Bollinger Band im Daily Chart und dem Daily 50er 55er EMA. Das wäre natürlich prinzipiell ein schönes Short-Einstiegssignal bei ca. 1,31. Aber ich bin natürlich noch ein bisschen zurückhaltend, denn wir haben hier eine relativ breite Pufferzone, die momentan noch ein bisschen unkalkulierbar ist, wie groß diese ausfällt. Ob sie lediglich hier diese, ja auf A4 sehr, sehr gut sichtbar, diese Widerstände noch mitnimmt oder ob er eben bereits hier dreht oder ob er hier dreht oder vielleicht sogar noch über diese Trendlinie herausschießt. Ja, das kann natürlich auch alles passieren. Wir könnten beispielsweise auch einen Retest der 1,34 noch sehen, damit einen quasi einen internen Test dieses mittelgroßen Trendkanals, den wir hier sehen, gleichzeitig nochmal das bisherige Jahreshoch und das 61,8 Retracement, diese gesamten Abwärtsbewegung. Also da kann ich jetzt nicht pauschalisieren und sagen, okay, der wird jetzt hier schon oder das Ganze sehr, sehr simpel formulieren und sagen, okay, der wird jetzt hier schon abbrechen und hier in sich zusammenfallen. Ich wäre hier wirklich ein bisschen vorsichtig. Wenn wir nur diesen Wimpel, nee, nicht diesen Wimpel, diesen Trendkanal hier ganz alleine betrachten, ohne diese ganzen IMEs, dann würde ich doch sehen, okay, er hat sich an der Unterseite des Trendkanals stabilisiert. Die logischste Konsequenz wäre eigentlich, dass er wieder an die Oberseite des Trendkanals läuft und erst dann ausbricht. Und deshalb sage ich, dass wir hier ein bisschen aufpassen müssen und uns nicht zu sehr jetzt auf diesen einen Widerstand versteifen. Was uns dabei natürlich hilft, ist zum einen der Granadestöller Schweizer Franken, der auf jeden Fall wieder ein neues Schotpotenzial entwickelt hat. Dazu muss ich die Pivotpoints mal ausblenden. Er ist ja an der Oberseite dieses Trendkanals oder hat sich jetzt eine, er hat sich jetzt ein sehr, sehr schöner Trendkanal etablieren können. Wir haben hier so eine Art doppelte Bodensituation und wenn er bis hierhin läuft, noch einmal bis zu 0,7220, vielleicht sogar diesen Trendkanal noch mal unten testet. Das könnte auch passieren, dass er noch mal wirklich bis zur Unterseite des Trendkanals läuft. Dementsprechend, oder in diesem Zusammenhang, müssen wir eben damit rechnen, dass die Kattpachen noch mal ordentlich steigen, da der Katt Schweizer Franken oder der Granadestöller momentan wieder so schwach ist. Und gleichzeitig natürlich das Öl, was wir jetzt auch im Live-Chat immer sehr, sehr viel besprochen haben, ebenfalls noch einmal einen ordentlichen Platz nach unten hat. Und ja, deshalb hier wirklich nichts zu unterstützen. Wir haben in allen Kattparen wieder sehr, sehr starke Long-Tendenzen. Momentan ist schön. Wir bekommen dadurch wahrscheinlich noch viel, viel bessere Short-Einstiegsmöglichkeiten. Man darf sich jetzt eben nicht an jedem Widerstand aufhängen und hier die Short-Position in den Markt legen immer wieder ausdoppen lassen. Wirklich ein bisschen Sonnen an die Sache herangehen. In diesem Sinne wünsche ich einen guten Start in den zweiten Handelstag. Wir hören uns natürlich heute in der Videoanalyse des Tages wieder und selbstverständlich auch heute 19.30 Uhr im Dienstags-Live-Webinar. Ich würde mich freuen, wieder wie üblich euch begrüßen zu dürfen und wünsche viel Erfolg am heutigen Handelstag. Bis dahin. Tschüss.